hi leute willkommen zu einem neuen video von mir mein name ist peter und wir zocken rainbow six es ist ein shooter game das nur mit operation versteht ihr also das ist ein cooles spiel das habe ich noch ein paar mal gespielt nicht viel also es ist aber richtig cool jetzt kostet es 20 euro im playstation store also ich meine das werde ich sagen ja genau dass er das ist das rabatt gibt aber nicht für lange 20 euro anstatt 50 glaube ich oder so aber das ist egal ohne stumm schalten ohne sturm schalten stumm schalten armin wählen wir aus ich glaube in dem gläse den mag ich an die ich noch doch dann die stets von was anderes ich mag den auch hier wir haben das ja sprich denn dann noch zum schalten zum schalten ja ich liebe die gespielt man braucht man hat man kann ein terrorist sein oder antiter so halte der einheit die 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 gegen die terroristen spielt den standort des bio gefahrgut behälter finden ja halt am anfang hat man so eine drohne und man muss halt das ziel finden jetzt ist schon ein bio so ein fiktionsding behälter zu gas den hätten wir gefunden gute arbeit der bio gefahrgut behälter wurde lokalisiert ich hätte es gefunden wo ist er hin? da ja 10 Sekunden bis zum Einsatz 5 Sekunden bio gefahrgut behälter lokalisiert ok also ich hab da so ein schild und das ist richtig cool und das coole am spiel auch noch ist kann so um die Ecken gucken wisst ihr Ja. Nein. Warte mal. Wird gesichert, gut gesichert, wir haben gewonnen. Gut gemacht, der Behälter ist sicher. Es geht hier nicht immer um Kills, es geht eigentlich nur um... Ah, was soll ich sagen, das ist jetzt Beobachtung, äh, nur um das Ziel zu... ...erlegen, also zu... ...nicht behalten. Das Ziel zu sichern. Da ist Vandit, oder? Ja, Vandit. Das ist ein Deutscher, den, aber den mag ich einfach nur, weil... ...äh, die Waffe ist nice. Ich mag jeder auch... ...und Paar schon. Ich mag eigentlich fast jeden. Nee, einen nicht. Romain Mod. Ja, gut. Ich dachte schon, der will nichts aus wie Romain Mod. Ok. Ja, das, ok. Er hat das, ok, ja ok. Dann ok. Jetzt, äh, verteidigen wir, wenn wir dann sagen, dass die Terroristen... Kaderrichton. Das ist das Coole am Spiel. Und das ist auch ganz cool. Es ist ja auch diese Drohnen ab. Nein. Hier kann ich mich mit Schockdraht ausrüsten hier. Irgendwie. So, hier. Das ist... Ja, hier mache ich auch ein bisschen Draht hin. Da ist... Da war gerade eine Drohne. Ich wurde entdeckt? Wo ist denn das Ding? Oh, diese Scheiß Drohne. So, jetzt ist die Installationsphase. Also... Vielleicht können wir jetzt schon kommen. Die Wandverstärkung ist fast fertig. Ich habe nicht Kontakt mit den Feinden. Nein. Einen habe ich. Einen habe ich. Einen habe ich. Oh, shit. Mit Renate. Stürb. Bastard. Nein. Oh, nein. Aber ich habe zwei Eliminierungen. Also zwei Kills. Ist das gut? Ach, letzter. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nein. Egal. Ach, nö. Ach, steht aber 1-1, ne? Also, es wird ja immer mit Punkten gemacht. Die Runden. Ich nehme... Wo ist er? Hier war? Ne. Hier. Ja, ich nehme den mit dem Schild. Der... Ist ein bisschen... Blitzschild, ne? Ich bringe Ladung. Das musst du bestätigen. Also, 1-1 steht's bisher. Das ist schon mal cool. Cool. Gut. Nein, nicht. So, Leute, und danke für 18 Abonnenten. Das ist richtig cool. Bei 20 Abonnenten wird das, äh, ein richtig geiles Special raushauen. Ich höre wie die barrikadieren. Das ist oben. Ja, das ist doch. So hoch. Cool. Noch 10 Sekunden. Hä? Einsatz in 5 Sekunden. Mann, wer das denn? Standortes Bio-Gefahrgutbehälter ist unbekannt. Findet den Bio-Gefahrgutbehälter. Ach, cool. Das ist cool. Dass man doch trotzdem gedeckt bleibt. Bio-Gefahrgut wählen. Den Bio-Kindernied aufsichern und den Bio-Behälter schützen. Mit Sicherheit muss man beide fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. nein nein aber ich bin erster ich habe vier eliminierungen das ist man es ist sicher nur noch ein gegner übrig feindliche aktivitäten ja wir wollen neutralisiert ist nicht dass das ding schlecht ist ich liebe das ding warte gibt es hier das nicht mehr ich glaube es gibt ich nehme den der p90 wieder schild ja erster mit zweiter ja gut ok bin ich als verteidiger glaube ich bin ich mit sich ich glaube ich bin ja ich habe kein draht hier machen wir dann mobilen schilden super ja wo ist das nun endlich schon ganz gut gesichert oh das muss noch gesichert werden ja hier fünf Sekunden Fensterbarrikade bereit die gegner haben den biogefahrgut behältet die beide auf kraft sie versuchen während des angriffs aufzuspüren macht man mit schocktrott aktionsphase aktionsphase um ein gott wie oh mein gott der ist richtig stark gewesen gerade da ist aber alle weg gesniperten das denn warum fällt das denn bitte naja du kannst dann nur durchschnitten oder letzter verbleibende operator des eigenen trupps äh wird sterben naja wer weiß okay die gegner haben die noch gar gut behälter gefunden mission gescheitert eigener Druck neutralisiert ja sind wir anrufen ne ja 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 das Blitz gut ich hoffe schon bestätigen einer sagt immer so viel gussfutze das verstehe ich nicht puh ho hat er klappt das ist auch die Lasson mit ihm jetzt spielen werden weil es ist ja die Europäer alle zusammen eine Runde lokalisiert werden ach scheiße jetzt ich dachte später oh du ja ja wo sind die 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 hä ist jetzt schon wieder gestorben oder was hm 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 5 Kilometer 10 Sekunden bis Einsatz hier vielleicht ne Ne Okay, dann gehen wir schon wieder bei der Stichnetze. Ich bin schon mal auf der Seite. Ich bin schon mal auf der Seite. Ich bin schon mal auf der Seite. Wo ist denn der Berater jetzt? Was ist denn das Ding? Was ist denn das Ding? Was ist denn das Ding? Die Karusel? Ja. Komm wir müssen zusammenbleiben, alter. Da. Das ist schon Blanche. Das ist schon Blanche. Das ist schon Blanche. Die Drohne wurde aktiviert. Die Drohne wurde aktiviert. Die Drohne wurde aktiviert. Die Drohne wurde aktiviert. Die Drohne wurde aktiviert.